Wir haben heute einen sehr speziellen Gast bei uns, aber ich fange mal anders an. Ich habe 3000 Follower auf Instagram und ich denke mir, okay, ist nicht schlecht, ist okay. Der Typ, der vor mir steht, hat ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Leicht, leicht, leicht mehr. Du hast nämlich fast, du hast bald 1,6 Millionen Follower. Auf Instagram, ja. Shit. Komplett bin ich wahrscheinlich auf 2,5 Millionen momentan. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Du stehst nicht vor der Kamera, du stehst im Radio. Ja, Radio gesehen. Johannes Bartl bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass du kommst. Du bist nämlich eigentlich in L.A. zu Hause. Genau, ja. Mittlerweile. Richtig, ja. Also soll man Deutsch oder Englisch? Ja, wie du magst, dass beides funktioniert. Machen wir Deutsch, das ist cool. Erste Frage, wo fühlst du dich zu Hause? L.A. oder Wien mittlerweile? Mittlerweile L.A., muss ich sagen, ja. Also es ist immer schön, dass ich natürlich heimkomme und dann die Familie und Freunde sehe. Aber es fühlt sich, ich sage auch, ja, jetzt fliege ich dann bald wieder nach Hause. Also L.A. ist schon mein neues Zuhause. Ich bin 2014 ausgewandert. Also ich bin jetzt knapp vier Jahre drüben. Ja, und ich glaube, ich war in Wien in den vier Jahren vielleicht fünf, sechs Wochen in vier Jahren. Du hast gerade gesagt, du warst das letzte Mal vor eineinhalb Jahren da. Genau, ja. Wie ist es zurückzukommen? Was ist der, ich meine, die Frage muss kommen. Was ist der Unterschied zwischen den Amis und uns? Außer das Schirrwetter jetzt. Ich weiß nicht, das ist einfach, ich muss dazusagen, ich bin jetzt wieder nach Hennersdorf heimgekommen. Das ist mein, you know, wir haben 1500 Einwohner, das ist super klein. Und es freut mich natürlich, wenn ich dann heimkomme und dann sehe ich wieder alle. Und es ist so ein herzliches Willkommen gewesen. Aber der Unterschied zwischen L.A. und Österreich ist schwierig zu sagen. Es ist einfach, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass in L.A. ich kann rund um die Uhr arbeiten, durchgehend. Egal, auf vier Uhrzeit. Ich kann einfach sagen, hey, machen wir das. Und es funktioniert. Da musst du meistens warten bis Montag. Eben Freitag um 4.30 Uhr probiert, irgendwas zu organisieren. Dann hat es geheißen, rufen Sie bitte am Montag wieder an. Ja, das ist geil. Aber auch, wir haben ja auch kurz miteinander geschrieben wegen dem Interview. Und ich glaube, ich habe am Freitag, hast du irgendwann geschrieben oder so? Und ich habe am Samstag noch nicht geantwortet. Richtig. Und dann hast du am Sonntag oder irgendwann geschrieben, ah, scheiße, ich habe vergessen, Österreicher arbeiten ja am Wochenende nicht. Ich habe dir am Sonntag noch zurückgeschrieben. Ja, stimmt. Ja, richtig. Das muss ich dazu sagen, dann käme ich noch zurück schon am Sonntag. Er hat gesagt, nein, 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 ich habe es jetzt gesehen. Ja, aber es war wirklich geil. Und vor allem, ich meine, ich verfolge dich seit eineinhalb Jahren, glaube ich, auf Instagram. Danke dir. Und ich habe eben auch diese Reaktion gesehen von deiner Tante, glaube ich, als sie gekommen ist. Und deine Reaktion, das war wirklich sehr... Ah, meine Tante, auf Instagram, die Story, ja, genau. Zumindest hast du sie als Tante verkauft. Ja, ja, das war meine Tante, ich kann mich erinnern, ja. Deine Freundin war auch kurz zu Besuch, die wohnt in L.A., genauso wie du. Und die ist in Wien angekommen, Schnee und dann hat sich gedacht, okay, scheiße, wo bin ich, oder? Ja, ich habe ja gesagt, bitte nimm dir Jacken mit. Nur, wie gesagt, in L.A. brauchen wir kaum Jacken. Sie sind am Flughafen angekommen, in der Jogginghose, so wie ich damals. Und ich habe mir dann einfach meine Jacke gegeben und dann sind wir heimgefahren. Und sie hat gesagt, das ist kalt hier, sage ich ja. Aber du bist Gentleman geblieben, das ist so. Auf jeden Fall. Typisch Wiener, oder? Typisch Österreicher. Genau. Jetzt müssen wir mal erklären, also, viele von unseren Hörern kennen dich. Viele aber auch nicht, weil sie vielleicht nicht in der Welt leben, wo du gerade bist. Du bist vor eineinhalb Jahren, nein, vor drei, vor vier Jahren fast schon. Ja, ich bin August 2014 ausgewandert. Genau. Und stimmt es, dass ein Fliegenfänger und Britney Spears Schuld daran sind, dass du ausgewandert bist? Ein Fliegenfänger? Ja, oder einer, der halt Fliegen mit dem Mund fängt. Ah, das war auf, ach, ja, kann ich mich erinnern. Da ist was. Das war auf Wetten, dass, ja, da kann ich mich erinnern, da war die Britney Spears, aber es ist in der Zwischen, weiß nicht, das ist eine Show dann halt, was nach den ganzen Events halt immer ist. Und ich bin gesessen vor dem Fernseher, weiß nicht wie alt, ich war elf, zehn, elf Jahre halt, und schaue so an sich die Britney Spears und dachte, wow, gleich verliebt gewesen. Und dann habe ich gedacht, wow. Und der Papa sagt zu mir, dein Gefehlter, ha? Ja, und ich sage, aha. Und er hat gesagt, nee, er muss nach Amerika gehen. Und das war schon mal das Erste. Aber dann der richtige Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nach Amerika gehen, war, wie ich den Terminator gesehen habe im Fernsehen. Da habe ich gedacht, das ist genau meins, das gefällt mir. Und dann hat mir wieder der Papa gesagt, du weißt schon, dass der aus Österreich ist. Und ich habe gesagt, nein, da war ich zwölf Jahre alt. Und er hat gesagt, ja, kannst du dich erinnern, du musst nach Amerika gehen. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, passt, Amerika, Schauspielerei, das ist meins. Und ab dem Zeitpunkt war einfach nur mehr das das Hauptziel. Aber trotzdem, noch immer stelle ich mir die Frage, wie geht man so einen Schritt? Weil du hast dann drüben nichts und niemanden. Es war wirklich schwierig, muss ich dazu sagen, ich war total nervös, weil ich halt alles aufgegeben habe. Ich habe alles riskiert für meinen Traum. Was komplett scary ist, weil du einfach niemanden kennst. Du gibst alles auf in Österreich. Ich habe mein Auto verkauft, meine Wohnung vermietet. Alles, was ich da besessen habe, einfach verkauft. Und dann mit zwei Koffern einfach rübergeflogen in eine Wohnung, die ich noch nie gesehen habe. Alles über das Internet einfach gemacht. Und bin dann angekommen und ja, dann kennst du einmal niemanden. Du bist einfach komplett auf dir allein gestellt, kennst die Sprache nicht wirklich. Du sitzt allein am Tisch beim Essen und gehst dann rüber zur Familie nebenan und sagst, hey, ich bin der Johannes, wollen wir vielleicht Freunde sein? Wie beginnt das alles? Die Schauspielschule hat da schon sehr viel geholfen. Weil dann alle internationalen Studenten einfach dort waren. Es war relativ einfach, dann gleich wieder neue Freunde kennenlernen. Aber wie gesagt, es dauert halt, bis man dann gute Freunde hat und weiß. Ich habe dann schnell die ganze Schule gekannt, aber halt das wirklich rauspickst und sagst, okay, das sind meine Freunde, dauert halt ein bisschen. Aber ja, es war Erfahrung wert auf jeden Fall und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Weil sonst wäre ich jetzt nicht da bei euch. Absolut richtig. Und kann man sagen, du bist mittlerweile ein moderner Arnold Schwarzenegger? Ich hoffe doch, ja. Also ich habe 2012 bin ich eben in, wo war das? In The Grove, das ist in L.A. So, sagen wir mal, wie die Shopping City. Oder die Lugner City. Und da war er dort und hat sein Buch signiert. Und ich habe mich angestellt, drei Stunden lang. Ich bin mit dem Autobus eine Stunde hingefahren und bin dann drei Stunden in der Schlange gestanden. Und habe mir gedacht, okay, jetzt lernen können. Das erste Mal, es wird super in L.A. Und ich glaube, es waren noch 15 Leute vor mir und dann hat er gehen müssen. Und ich habe mir gedacht, bitte nicht. Oh shit. Und ich habe es nicht geschafft. Ich bin leider nicht kennengelernt. Noch immer nicht? Nein, noch nicht. Aber es kommt noch. Es kommt noch. So, jetzt hört er dich dann auf Energy und weiß, okay, Johannes. Die müssen connecten. Was war dein Plan damals? Ich meine, du bist jetzt, du machst mittlerweile doch ein bisschen was anderes. Dein Plan war, Schauspieler zu werden. Ist es noch immer? Auf jeden Fall, ja. Trotzdem machst du gerade, bist du mit Instagram und YouTube bekannt geworden und berühmt geworden. So wie es halt zu der Zeit sein muss. Richtig, ja. Du machst deine Insta-Videos, Fitness-Videos und einen Vlog auf YouTube. Genau, richtig. Wo du alle zwei Tage was hochlädst. Genau, Montag, Mittwoch und Freitag. Da kommen einfach Videos, Fitness-Videos oder Lifestyle zum Beispiel, wenn ich mit euch da bin. Das dokumentiere ich halt alles, dass meine Fans auch wissen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Das ist mir ganz wichtig, dass ich immer in Connection bleibe mit meinen Fans, weil die supporten mich jeden Tag und für das bin ich super dankbar. Und deswegen will ich natürlich auch was zurückgeben und das ist mehr oder weniger mein, ich würde nicht sagen, Dankeschön, aber mein, okay, da schau, ihr seid meine Freunde, ihr seid jeden Tag bei mir dabei. Aber wie das angefangen hat, es war einfach so, das Hauptziel ist noch immer Schauspielerei. Ich habe die Schauspielschule abgeschlossen und dann hat es angefangen, Auditions, Castings und du gehst da draußen mit einem Resümee, wo nichts draufsteht. Da steht dann drauf, du warst in der Schule und das war's. Und dann gehst du da hin und die schauen sich das an und sagen, okay, du warst noch in keinem einzigen Film. Und ich sage, nein, ich habe gerade die Schule abgeschlossen. Hm, wird schwierig. Und ich sage, naja, wenn es mir einfach keine Chance gibt, dann kriege ich auf diesen Zettel nie was drauf. Und das ist aber leider die Industrie halt, das heißt, okay, nein, wir brauchen, wenn der Erfahrung hat. Und ich sage, ja, ich habe jetzt eh eine Erfahrung in der Schule, zählt aber nicht. Und dann war ich irgendwann so, wie soll ich sagen, frustrated, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt an, ich mache jetzt meine eigenen Videos. Ich warte jetzt auf nichts mehr, ich kann nicht mehr warten. Und ich habe einfach meine eigenen Videos gemacht, habe die auf Instagram gestellt, auf YouTube gestellt. Und dann ist es mehr oder weniger explodiert und habe gesehen, cool, ich kann meinen eigenen Content kreieren. Ich brauche nichts, ich brauche nur eine Kamera. Du brauchst nur dich und deine Kamera quasi. Genau, ich brauche meine Kamera, brauche meine Idee und meine Freunde und dann gehen wir es an. Und dann drehen wir jeden Tag Videos und die haben wir dann einfach die ganze Zeit online gestellt, was super viel Spaß gemacht hat, weil das halt alles Comedy war. Und ja, durch das ist das alles dann so schnell gewachsen, dass ich dann gar nicht mehr gewusst habe, wie schnell geht das jetzt. Das ist aber Wahnsinn. Und ja, jetzt bin ich da. Du hast es mittlerweile eh gesagt, 2,5 Millionen sind dir dann insgesamt zu und ich kann es bezeugen, du bist wirklich sehr, sehr nah bei deinen Fans. Und ich schaue mir das ja auch alles an, weil ich finde das einfach fucking funny, was du da treibst. Danke. Egal, ob das Lustige wieder sind oder, ich meine, das mit dem Essen, dazu kommen wir noch, aber da habe ich mir eine andere Meinung, aber reden wir später drüber. Ist es dann schnell passiert, dass auf einmal, ich meine, du beginnst dann deine eigenen Videos zu machen und auf einmal hast du 2,5 Millionen Abonnenten? Ja, es war schon vor allem die ersten 1.000, das war das Beste eigentlich, die ersten 1.000, wo ich mir gedacht habe, 1.000 Menschen sehen meine Videos und die haben mich so gefreut. Und ich habe mir gedacht, das ist, ich habe es geschafft. Nimm mir nicht meine Freude weg. Nein, Entschuldigung. Und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich ein Schauspieler. 1.000 Menschen haben mein Video gesehen. Ja. Habe mich natürlich super gefreut und dann geht es dann, dann ist es relativ schnell gegangen und dann die ersten 10.000, wo ich mir gedacht habe, ist jetzt flott gegangen. Aber dann habe ich mich natürlich nur mehr auf die Videos konzentriert und die Zahlen mehr oder weniger, ich will nicht sagen, vergessen natürlich, schaust drauf, aber es ist nicht wichtig für mich, dass ich sage, yes, jetzt bin ich glücklich. Ich bin happy, wenn ich mir die Kommentare durchlese und dann die Leute wirklich ein positives Feedback oder zeitweise auch negatives sagen, das hat mir nicht so gut gefallen oder hey, das war total witzig oder das, das ist ja echt ein cooles Workout oder was auch immer. Wenn ich sicher kann, ich kann den Leuten einfach nur ein Schmunzeln aufs Gesicht bringen oder das sagen, hey, das Workout war so cool, ich habe das selber gemacht, ich fühle mich viel besser jetzt. Das ist etwas, was mich wirklich motiviert, wo ich sage, okay, dann will ich weitermachen. Und der Jan kann das auch bezeugen, weil gestern habt ihr noch eine lustige Story miteinander gedreht und es war halt Schneeregen und er wollte einfach nicht mehr ins Fitnesscenter, aber du kamst mal wieder mit deiner Motivation her, woher auch immer und dann steht sie dann wieder im Fitnesscenter, oder? So war es doch. So war es. Ja. Vielleicht eine unungenehme Frage, aber trotzdem interessiert es viele. Man verdient anscheinend doch Geld durchs Vloggen. Ich meine, du bist Veganer, du musst dir, das kostet was, das ist noch teurer. Ja, natürlich verdiene ich mit dem jetzt mein Geld, sonst würde ich, es ist sehr zeitaufwendig, logischerweise. Ich stehe dann früh auf und fange an Videos zu drehen oder Fotos zu machen oder Konzepte zusammenschreiben, Skripten zusammenschreiben. Und du kannst es so sehen, ich bin jetzt mehr oder weniger ein kleiner, weiß ich nicht, Fernsehsender. Weil du kannst ja jeden Tag gratis draufschauen und mit dem zum Beispiel YouTube schaltet natürlich dann Werbung drauf. Das wollte ich fragen. Genau, YouTube schaltet Werbung drauf und durch das kriegst du dann halt Geld. Aber kommt da YouTube auf dich zu und sagen die oder fragen die dich? Du wirst dann YouTube-Partner, also ich glaube, die haben das jetzt geändert, die Richtlinien, aber ich glaube, bei 3000 Subscriber brauchst du oder 10.000 Views. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, das haben sie jetzt schon mal hin und her geändert. Ist jetzt auch Zahlenspiele, brauchen wir nicht, sondern nur generell. Aber es gibt eine spezielle Zahl, die du heute überschreiten musst und dann kannst du YouTube-Partner werden und dann darfst du Werbung auf deinen Videos schalten. Okay, damit sich mal alle auskennen, inklusive mir, weil ich, wie gesagt, ich bin ja selbst auf Snapchat, Instagram, YouTube bin ich nicht, aber unsere Generation, wir sind alle Social Media. Und trotzdem habe ich keine Ahnung, wie, ich meine, ich habe es mir gedacht durch Werbung, aber anscheinend läuft es gut und das ist gut so. Aber kommen wir zurück zum Essen. Du bist Veganer. Warum hast du dich gegen das Leben entschieden? Das ist eine gute Frage. Ich war, wie alt war ich da? Also es war glaube ich 2013, ja genau, bevor ich nach Allee gegangen bin, habe ich mich eingebildet, ich muss mich jetzt richtig auftrainieren und habe extrem viel Fleisch gegessen und Eier und Thunfisch und die richtige Bodybuilder-Diät gemacht mit Reis und Eröpfel und Proteine. Schön. Jeden Tag und da habe ich mich auftrainiert auf 90 Kilo und aber halt wirklich lean, komplett geschreddet gewesen, gut ausgeschaut, aber ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Also ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann so, ich habe jeden Tag 6000 Kalorien gegessen mit Shakes und das alles halt, ich habe nicht mehr gut geschlafen, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Jetzt weißt du, wie es dem Arne geht. Ja, und dann war einfach der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr, ich mag irgendwas anders machen und ich stehe extrem auf Challenges. Also wenn mich irgendwer challenged für etwas, was jetzt Sinn macht, nicht ja, hupf da runter, sondern irgendwas, was Sinn macht, da springe ich ganz drauf an, das taugt mir. Du meinst, ich soll dich heute noch challengen? Ja, das wäre gut. Alles klar. Und da habe ich mich einfach selber gechallenged für eine 30 Tage vegane Diät, habe das gemacht, habe 15 Kilo verloren in einem Monat, weil ich mich nicht ausgekannt habe, habe einfach nur Gemüse und Salat gegessen, weil ich geglaubt habe, das ist alles. Und nach einem Monat habe ich gesagt, nein, das ist nichts für mich, das brauche ich nicht. Habe mir eine Pizza bestellt und habe die Pizza nicht essen können. Mein Körper hat es nicht, überhaupt nicht, ich habe es gekrochen. Ich habe gesagt, das riecht komisch, rieche ich mal. Mein Freund hat das dann gekostet und sagt dann, nein, ist ganz normal, schmeckt gut. Ich brauche ein Bissen und ich hätte mich fast übergeben müssen. Ach, zum Teufel. Und dann war es für mich einfach der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, vielleicht hat sich mein Körper jetzt schon umgestellt, ich will mehr wissen. Und dann hat es wirklich angefangen, Bücher kaufen und Dokus anschauen. Das Erste, was ich gesehen habe, glaube ich, war Forks over Knives. Und da sagen sie ganz genau, wie sich die Tiere behandeln und was es in deinem Körper macht. Und da habe ich persönlich für mich einfach entschieden, das ist meine persönliche Entscheidung, ich mag das nicht mehr machen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wenn du jetzt da ein Steak isst, stört mir das nicht. Okay. Also, warte ich, meine Käseleberkäse wird sonst gehalten. Ja, genau, ich habe es jetzt gesehen da drüben. Wir kommen zum Finale. Noch ein paar Fragen haben wir noch. Ich bin letztens in der Stadt rumgelaufen und habe ein Live-Video gemacht. Und ich habe es zum ersten Mal draußen gemacht. Und ich fand es sehr, sehr lustig, dass du das letztens angesprochen hast in deinem Vlog, wenn man in Österreich mit dem Handy oder mit deiner Kamera vor dem Gesicht rumgeht. Ich weiß ganz genau, welchen Vlog du meinst. Der war vor ein Jahr, oder? Wo ich bei Merkur war. Genau. Dass dich die Leute deppert anschauen. Ja. Und ich bin in der Stadt rumgelaufen und mir hat es dann immer mehr gefallen, weil ich fand es einfach lustig. Und meine Videos sind ja generell sehr, sehr lustig. Ja. Das habe ich gehört, ja. Aber ich habe gemerkt, okay, fuck, diese Blicke, das ist so unangenehm. Du bist Vlogger, du filmst quasi alles. Ist dir das mittlerweile schon wurscht oder gab es auch bei dir diese, also es ist so eine Hemmschwelle? Ja, am Anfang war es schon komisch. Also ich muss dazu sagen, wie ich das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen habe und mir habe es dann einfach genau vor mir hingehalten und dann redest du mit dir selber oder mit deiner Hand eigentlich. Ist schon komisch. Vor allem, wenn du dann denkst, was sage ich jetzt eigentlich, weil ich rede ja nur mit mir selber. Ja. Und ja, war witzig. Vor allem, in L.A. muss ich dazu sagen, es machen so viele, dass es schon gang und gäbe ist. Es ist komplett normal, dass die Leute wissen, ah, okay, der macht halt Videos. Ja. In Österreich ist es noch ein bisschen anders, aber ich verstehe es auch, weil es gibt halt wenig, die da rumlaufen und dann mit sich selber reden. Ja, ich sage, ich bin da rumgelaufen und das war wirklich, das war am Graben, wo die meisten Leute noch dazu sind. Das ist so wirklich, ich habe mir gedacht, fuck, was machst du eigentlich? Hör auf mit diesem scheiß Live-Video. Aber gleichzeitig war es halt lustig und ich habe aber gemerkt, von links, von rechts, von vorn, sogar die Blicke hinten habe ich gespürt. Es schaut dich einfach jeder Teppert an. Ja, ja. Aber das macht auch nichts. Also es dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, bis dann mehr anfangen und dann wird es auch normal werden. Aber ich finde es lieb eigentlich. Ja, eh. Also mittlerweile stört es dich auch nicht. Überhaupt nicht. Das ist ein Bursche. Wie viel Zeit verbringst du auf Social Media? Eigentlich den ganzen Tag. Also die einzigen, die fünf, sechs Stunden, wo ich schlafe, bin ich nicht online. Und sonst bin ich den ganzen Tag eigentlich online, dass ich irgendwo jetzt auf Twitter bin oder auf Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat. Jetzt habe ich angefangen auf Twitch. Ja, habe ich mitbekommen. Das ist komplett neu für mich jetzt zum Beispiel. Twitch ist, also in Österreich kennt das kein Schwein. Gar nicht? Nein. Okay. Also glaube ich zumindest. Ich kenne es von euch, von deiner Freundin, von dir. Aber sonst glaube ich, ich habe den Namen Twitch, also unser Morgensschubbruder, der Alex nickt mir zu. Du hast es schon gehört? Ja, sicher, sicher, sicher. Jo, ich bin ein Streber. Du hast es schon vorbereitet, da weiß ich ganz genau. Hast du dir meine Vorbereitung gemacht oder was? Ah, scheiße, gut. Du hast rausgesprochen mit dir. Gut, lassen wir es, hören wir auf mit dem Vergehen. Nein, wie nervig ist es? Was meinst du? Die ganze Zeit auf Social Media, oder? Das ist überhaupt nicht nervig. Ist es nicht? Für mich, ich verstehe es, meine ich zum Beispiel meine Mama, die sagt, sie mag das nicht, dauernd am Handy picken. Andere Generation. Ja, und ich verstehe es auch, nur für mich ist es einfach so, es ist überhaupt nicht nervig, ich bin so dankbar, dass ich das machen darf und machen kann, weil ich gesehen habe, was das mir alles ermöglicht hat, dass ich meinem Traum einfach immer näher komme. Und ich weiß, dass ich jetzt viel, viel, viel näher bin, an dem Traum Schauspieler zu werden, als vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Und jeden Tag komme ich dem Ganzen ein bisschen näher und das dank Social Media. Gute Antwort. Felix Sehn braucht zwei Stunden, um ein Bild zu posten. Zwei Stunden? Ab und zu, ja. Ja. Wie lange brauchst du? Huh, das kommt auf Waren zeitweise. Ich bin ja relativ einfach, muss ich sagen, wenn ich einen guten Fotograf habe, wie zum Beispiel Jan. Wann war das? Vorgestern waren wir im Hotel und ich habe gesagt, Jan, mach mal geschwind ein Foto. Und ich glaube, das war das Erste, was wir gemacht haben. Dann haben wir noch, weiß nicht, 15 Minuten weiterfotografiert und ich habe gesagt, ganz ehrlich, das erste Foto war das Beste. Und dann haben wir das genommen. One shot wonder. Ja, genau. Ja, es ist Zeit, weil es funktioniert. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber meistens bin ich ganz happy mit den Fotos, wenn man, ja, die ersten. Ja, bei mir ist es meistens so, dass meine Freundin macht dann das Foto. Ja. Ich schaue es mir an. Nein, mach noch eins. Nein, mach noch eins. Lassen wir es sein. Du hörst dann gleich auf. 6, 9, 3. Das ist genug. Das passt. Das funktioniert nicht. Kleiner Wildrap, ganz, ganz kurz. Rapid oder Austria? Gut, das ist schwierig. Ich meine, ich bin im 10. gewohnt, also ich müsste jetzt eigentlich Austria sagen, oder? Okay, aber ich war nie ein großer, ich habe selber Fußball gespielt, aber ich war nie so für die Bundesliga, dass ich mir das jetzt angeschaut habe. Aber, ja, ich glaube, ich muss jetzt Austria sagen, weil meine ganzen Fußballkollegen von früher waren alle Austrianer. Ist es Schnitzel oder Burger? Kommt auf an, ist es vegan? Das war ein Testscheiß, ich dachte nur, ich dachte, ich kriege dich jetzt. Na gut, Tests bestanden. L.A. oder Wien? L.A. Dirndl oder Hotpants? Oh, Dirndl. Oh, wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Ich habe meiner Freundin noch Dirndl gekauft, jetzt wie sie kommen ist. Ich habe gesagt, wenn du jetzt das erste Mal in Österreich bist, musst du eins mitnehmen, also eins kaufen. Das ist eine gute Idee. Ja. Überrascht mich auch die Antwort. Warum? Naja, Hotpants, ich meine. Naja. Ist jetzt nicht so schlecht. Nein, ich sage nicht, das Schlecht ist. Okay. Grande Finale. Ich habe, bevor du gekommen bist, noch jemanden angerufen. Jetzt bin ich klein nervös. Ich bin auch, leicht nervös bin ich wirklich. Jetzt denken wir schon, wen hast du angerufen? Grüß Gott, schön Hannes Hiller, hier, was kann ich für Sie tun? Erkennst du da was? Na, mach nochmal. Grüß Gott, schön Hannes Hiller, hier, was kann ich für Sie tun? Hiller? Hiller. Johannes Hiller. Das ist mein Klassenvorstand gewesen. Das ist dein Klassenvorstand gewesen. Du hast meinen Klassenvorstand angerufen. Aus dem Sportgym... Na warte, ja, Sportgymnasium. Geil. Ich wollte herausfinden, was der über dich sagt. Jetzt bin ich gespannt. Der Johannes Bartl. Sagt Ihnen der Name was? Ja, Moment, wo kommt Bartl? Im Sportgymnasium, oder? Vollkommen richtig, in Maria Inzersdorf. Ja, ja, da hat es einen Gehirn. Was ist mit dem? Der ist heute bei mir zum Interview. Der ist ausgewandert nach L.A., der Mann. Ach, nicht schlecht. Ja, und ist dort Blogger geworden und macht in Hollywood Karriere. Schön. Jetzt wollte ich natürlich Sie fragen. Wie war das, Johannes Bartl, früher in der Schule? Puh. Ja, schön langsam kommt da was. Ja, Jahrzehnte her. Also, sagen wir so. Da hat sich irgendwie ein positives Neuron in meinem Gehirn gemeldet. Da merkt man erst einmal, dass er Biologielehrer ist, weil so ein Ausdruck. Aber jetzt, pass auf, jetzt kommt, also für mich das absolut Verrückteste. Hat der Typ hinter sich ein Klassenbuch. Na. Aus dem Jahr. Ich schreibe da wieder Jahres. Ich habe nämlich lustigerweise die Jahresberichte von der Zeit, habe ich hinter mir in der Kanzlei stehen. Der. Ja. Der. Okay, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Naja, vor 17 Jahren. Ja, ich weiß schon wieder. Ja, ich habe ihn. Und was sagen Sie? Ja, ja, war ein guter Mann. Das müssen Sie jetzt sagen. Er steht ja auch vor mir. Ah ja. Was würden Sie dem Johannes Bartl heute gern sagen? Ich würde ihm heute gern sagen, dass er in einer Super-Truppe dabei war. Na, war ein guter Schüler, aufgeweckter Schüler. Ich liebe es, wenn junge Bursche in dem Alter wirklich Burm sind und nicht irgendwelche Weicheier oder irgendwelche Wahnsinnige, sondern einfach war eine gute Kombination. Er war aufgeweckt, entdeckerfreudig, aber recht gute Leistungen. Ich würde fast auch sagen Handschlagqualität. Man konnte ihm Verantwortung übergeben. Das war eine gute Truppe. Ich kann Ihnen eins versprechen, so wie der Typ trainiert ist, weicher ist er noch immer keins. Das denke ich mal. Alles Gute und schöne Grüße, wenn Sie ihn sehen. Das ist Weltklasse. Das ist so cool. Danke für das. Das ist echt cool. Ich bin gerade sprachlos. Ich bin jetzt gestanden. Das ist echt cool. Johannes Hiller. Ja, was hast du für eine Erinnerung an die Schule und an deinen Klassenvorstand? Was wirklich ganz, ganz, ganz fest verankert ist da drin, war der erste Schultag in dem alten Gebäude, wo wir die Stiegen raufgegangen sind. Und er, ich glaube zwei Meter irgendwas, tut mir leid, wenn ich jetzt falsch bin, aber riesengroß. Schuhgröße 50 oder so. Feuchte Augen hast du auf einmal. Ja, nein, das ist total schön. Das freut mich so. Ich überahne dich gleich. Ja, musst du. Ja, musst du. Und ich weiß noch, dass ich ganz genau hinter ihm gegangen bin, weil Bartler halt nach einem kleinen Anfang kommt. Ich bin hinter ihm gegangen, habe so raufgeschaut und habe gesagt, bumm, der ist riesengroß. Ich weiß nicht, erster Schultag, bist nervös. Weiß nicht, wie alt ist man da, wenn man ins Sportgymnasium geht? Nein. Zehn? Weiß auch nicht. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn? Weiß nicht, zehn vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, an das kam ich noch drin und dann erst hingesetzt und habe nur drauf geschaut und gesagt, du bist riesengroß. Aber cool. Danke dafür, das war echt cool. Ja, das freut uns. Johannes, das war's. Ich danke dir vielmals, dass du hier bei uns warst. Wenn du wieder in Wien bist, weißt du, wo du hin musst? Auf jeden Fall. Nämlich wieder zu mir und zu uns im Studio. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, mach genauso weiter, weil wirklich, ich folge dir und ich kann den Hörern nur empfehlen, dir zu folgen, weil es fucking funny ist und ich wünsche dir alles, alles Gute und ich drücke dir die Daumen, dass es mit dem Schauspiel noch besser klappt und wer weiß, vielleicht stehst du irgendwann da in fünf oder zehn Jahren und denkst an diesen Moment. Sag mal zwei. Okay, es ist mir voll recht, es ist mir voll recht und stell dir dann den Moment vor, wir haben jetzt heute, vor ein paar Jahren noch darüber geredet und du stehst mit dem Oscar in der Hand. Okay, mit dem Oscar ist wir nur mit dem Dauern wahrscheinlich. Nein, du bist immer so positiv, was ist sowas los? Oscar, ich weiß einfach, wie die Industrie funktioniert und da musst du einfach ewig lang drin sein. Fuck it, irgendein Preis halt. Ja, okay, passt. Mir reicht schon, wenn ich in einem Kinofilm bin. Voll. Ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank fürs Kommen und danke fürs Kommen. Dankeschön. Dankeschön. Servus. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020